Bhagavad Gita, Vers 2.25 Es wird gesagt, dass die Seele unsichtbar, unbegreiflich und unveränderlich ist. Da du dies weißt, solltest du um den Körper nicht trauern. Wie schon zuvor beschrieben wurde, ist die Seele für unser materielles Vorstellungsvermögen so winzig klein, dass sie nicht einmal mit dem stärksten Mikroskop gesehen werden kann. Daher ist sie unsichtbar. Die Existenz der Seele kann allein anhand der Autorität von Shruti, der vedischen Weisheit, nachgewiesen werden, jedoch nicht durch wissenschaftliche Experimente. Wir müssen diese Wahrheit akzeptieren, weil es keine andere Quelle gibt, die Existenz der Seele zu verstehen, obwohl ihr vorhanden Sein eine Tatsache ist. Es gibt viele Dinge, die wir allein aufgrund höherer Autorität akzeptieren müssen. Wenn die Mutter zum Beispiel sagt, wer der Vater ist, muss man ihrer Aussage Glauben schenken, denn außer der Mutter gibt es niemanden, der die Identität des Vaters kennt. In ähnlicher Weise gibt es keine andere Möglichkeit, die Seele zu verstehen, als die Veden zu studieren. Mit anderen Worten, die Seele kann durch das experimentelle Wissen der Menschen nicht begriffen werden. Die Seele ist sowohl Bewusstsein als auch bewusst. Das ist die Aussage der Veden und daher sollten wir sie akzeptieren. Anders als der Körper, der sich wandelt, bleibt die Seele stets gleich. Da sie ewiglich unveränderlich ist, bleibt die Seele im Vergleich zur unendlichen, höchsten Seele winzig klein. Die höchste Seele ist unbegrenzt, wohingegen die winzige Seele unvorstellbar klein ist. Daher kann die winzig kleine Seele, da sie unveränderlich ist, niemals der unendlichen Seele oder dem höchsten persönlichen Gott gleichkommen. Um das Verständnis von der Seele zu festigen, wird diese Auffassung in den Veden auf verschiedene Weise wiederholt. Wiederholung ist notwendig, damit wir die Aussage richtig verstehen und keinem Irrtum unterliegen.